Wenn man dann die Gegnervorbereitung macht und der Gegner heißt FC Bayern, da hat man schon ganz klar das Leuchten der Spieler auch in den Augen gesehen. Der Abstand ist schon, glaube ich, noch ein Stück größer geworden, wenn man sieht, wie der FC Bayern besetzt ist. Da muss man ganz klar sagen, da hat man von zehn Spielen neunmal keine Chance. Wenn der Bayern in Topform auftritt, wie in der Endphase der Champions League, dann kannst du 100 Prozent erreichen und hast trotzdem keine Chance. Das ist so. Aber wir wollen jetzt nicht neun Spiele warten und beim zehnten Spiel auf das eine dann hoffen, sondern wir wollen dann, wenn Bayern vielleicht uns unterschätzt, uns nicht hundertprozentig ernst nimmt, vielleicht nicht an die Topform rankommt, dann wollen wir da sein. Wir wollen trotzdem den Weg nach vorne suchen, auch gefährlich bleiben, weil gerade auch in den letzten Wochen da auch zu sehen war, dass der FC Bayern schon ein paar Problemchen hatte. Jetzt leider ohne Zuschauer, die hätten uns sicherlich dann auch in schwierigen Phasen, die das Spiel sicherlich auch hergeben wird, total unterstützt. Das hätte uns sicherlich nochmal geholfen und trotzdem wollen wir uns natürlich nicht freiwillig und kampflos ergeben, sondern ein gutes Spiel machen.